Bert? Bert? Weißt du... Oh, er hat mich... Weißt du, man kann seinen Kopf dazu benutzen, sich an was zu erinnern, Bert. Ja. Man kann sich im Kopf wunderbar an Dinge erinnern. Das ist wirklich wunderbar. Man kann sich einfach daran erinnern. Und ich habe gerade an Dinge gedacht, an die ich mich am liebsten erinnere. Dinge, an die ich mich wirklich gerne erinnere. Erinnerungen bleiben und werden nie vergehen. Schön ist der Gedanke an Freunde, die sich verstehen. Wir hielten fest zusammen, egal ob nah, ob fern. Wir lachten und wir sangen viel und waren auch albern gern. Und war's auch manchmal kalt im Winter. Wir tobten rum im Schnee. Wir waren am Strand im Sommer und angelten im See. Die Tage, sie vergehen und ich sitz' abends hier. Und ich denke glücklich an die schöne Zeit mit dir. Weißt du, was ich meine, Bert? Ja, ich glaube schon. Und weißt du was, Arnie? Was? Ich empfinde es ganz genauso. Erinnerungen bleiben an so vieles hier. Mit meinem Lieblingskissen saßt du auf meinem Stuhl. Doch ohne dich wär's einsam. Mit dir zusammen sein ist cool. Ein Freund nimmt dich auch in den Arm mal und teilt mit dir, was ihm gefällt. Und Freunde reden stundenlang, nachts unterm Sternenzelt. Die Tage, sie vergehen und ich sitz' abends hier. Und ich denke glücklich an die schöne Zeit mit dir. Ich weiß, was du meinst, Bert. Und ich denke glücklich an die schöne Zeit mit dir. Gut Nacht, Bert. Nacht, Bert.